über 40 millionen dollar in gta 5 online bekommen darum geht es hier in diesem video damit moin leute wenn im ms wieder weg herzlich kommen zu einem weiteren gta 5 online video hier auf meinem kanal falls du neu bist auf jeden fall ein abo da lassen gerne die glocke aktivieren dass du keine weiteren streams oder auch videos mehr verpasst über eine bewertung vom video würde ich mich sehr freuen in dem sinne let's go wir können anfangen mit dem heutigen video wie man wird auch kurz eine person gegrüßt gruß geht raus an aurelio er geschrieben kannst du dich bitte grüßen bester gta youtuber also aurelio danke dir für den kommentar gruß geht raus an dich so freunde das sommer dlc steht bevor vermutlich kommt das ja am 19 juli raus also eigentlich schon fast paar tagen und das was wir jetzt für das neue sommerupdate ein paar tagen am meisten brauchen ist natürlich geld und zwar genug geld in gta online um sich dann die ganzen neuen fahrzeuge zu kaufen deswegen zeige ich jetzt im video wie ihr da einiges bekommen könnt es geht um 40 millionen und um 200.000 erst kommen wir zu den 200.000 dollern wie die bekommen könnt und dann haben wir noch 40 millionen dollar die du da draußen einfach so haben kannst also ich schenke die euch wie ihr das ganze bekommen könnt erkläre ich euch gleich wie gesagt jetzt erstmal kurz zu den 200.000 und dann zu den 40 millionen aktuell haben wir dreifach geld auf alle landrennen dementsprechend hat rockstargames das hier geschrieben schließt alle landrennen des unabhängigkeitstags specials durch die wildnis staub schweiß und benzin sumpfungeheuer und die seetour ab und erhaltet satte 200.000 gta dollar zusätzlich heißt genau diese rennen die ich gerade gesagt habe die müsst ihr einfach einmal machen und dann bekommt ihr 200.000 gta dollar auf eurem sbank konto also eine recht einfache sache einfach diese rennen fahren und jetzt würde ich sagen können wir direkt zu den 40 millionen dollar kommen ich war jetzt hier am wochenende in salzburg auf dem event eingeladen bin jetzt wieder zurück und ja sagen wir es mal so dass sich auf solchen events sein darf habe ich nur euch zu verdanken und deswegen habe ich mir gedacht jetzt wo ich da war möchte ich gerne was zurückgeben und zwar möchte ich euch 40 millionen gta dollar geben ich glaube der zeitpunkt passt recht gut weil wir wie gesagt jetzt geld fürs neue update brauchen und zwar werde ich diese 40 millionen gta dollar genau ab jetzt wo dieses video hier online ist an euch verlosen und zwar kann da jeder von euch mitmachen das ganze findet auf instagram statt ich habe genau jetzt wo du das hier gerade siehst auf instagram ein neues foto hochgeladen da wo ich eben auf dem event mit mr six zusammen war und unter meinem neuesten instagram foto kannst du jetzt eben 40 millionen gta dollar gewinnen heißt geht es einfach auf instagram wenn im punkt aims heißt ich da siehst du hier gerade irgendwo eingeblendet gehe aufs allerneueste bild und unter diesem neuesten foto auf instagram steht ganz genau beschrieben was du machen musst um teilzunehmen eben das bild gleichen und so weiter ansonsten eigentlich nicht mehr wirklich viel mehr also falls du geld in gta brauchst falls du diese 40 millionen dollar haben willst einmal jetzt ab auf instagram das neueste foto anschauen und in der beschreibung wie gesagt steht alles was du machen musst um die 40 millionen dollar zu bekommen in dem sinne jetzt schon mal viel glück an jeden einzelnen von euch keine sorge es werden immer wieder weitere verlosen kommen zum beispiel nächsten sonntag ist ja jeden sonntag abend im stream verlosen wir auch 20 millionen das haben wir auch gestern gemacht in dem sinne würde ich sagen freunde danke für euren support dass ich bei solchen events dabei sein darf wie gesagt gönnt euch die 40 millionen dollar macht gerne beim gewinnspiel auf instagram mit in dem sinne bin ich raus wenn es euch gefallen hat like da lassen kommentar abonnieren glocke aktivieren jetzt alle ab auf instagram wir sehen uns morgen im nächsten video oder am donnerstag morgen dann im nächsten live stream euch einen schönen tag freunde genießt das wetter haut rein und ciao auch so natürlich für die für euch die sich für das event interessieren also wo ich am wochenende war gerne den vlog von gestern anschauen so jetzt bin ich aber raus tschau tschau